Du hast kaputtgemacht! Ooooooooh... Warte mal, ich connecte mal kurz neu. Kann ich ja auch in der Aufnahme machen, das kann ihm doch nie egal sein. Ooooooh, ich seh ihn auch nicht. Mal an, Moment, ich ähm... Was ist das? Ich glaube, weil zwei Pisten sich versucht haben ineinanderzuschieben. Du hast kaputtgemacht. Aua! Aua! Hör auf mich hier rumzuschubsen! Man kann auch gerne mich hier reinschubsen, natürlich. Äh... Ich bin aufm Knopf. Ach, warte. So. Ja, haben wir kaputtgemacht den Goldblock, den wir leider gebraucht hätten. Also, passt auf, wenn ihr das Rätsel macht! Hm... Wenn die Pistens ineinander schiebt, dann passiert sowas. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Da hätten sie ruhig ein Fenster für dich einbauen können, ganz ehrlich. Also... Ja, ne... So ein bisschen... Ach, egal. Leitern! Batman! Ne, das ist der Superman! Die Leitern sind auch immer nur da, weil wir jedes Mal wieder runterfallen. Mutig und tapfer, so Dingsbums ungläubig! Nananana, bin die auch für dich! Gummibären! Hüpfen! Moment an! Autsch, mein Kopf! Warte mal, warte... Hör auf die... Hüpfen mal an der Stelle! Ich will wissen, wie es aussieht, wenn du gegen die Decke hüpfst! Ne, 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 ne... Okay... Tchk! Bereit zum Abflug! Schießen Sie die Kapsel ab! Hui! Ich glaub, es regnet! Im Spiel? Ja! Warte mal! Ich weiß es nicht! Auf jeden Fall schalt jetzt wieder die Sonne! Hehehehe! Edmund riecht uns doch voll cool! So, zwölf... Stimme... Aaaah! Now, that's time... Wieso hat er eigentlich jedes Mal eine andere Stimme? Ach egal. Aaaah! Now, it's time to swing, Baby! Because this test includes Sound! Laa-li-lo-loo-lele-lo-la-la-la-la! Laa-li... Juhu, nur der Mann im Mond, schau zu. Pim, Pim, Pim. Pim. Was ist hier drüben? Dum, 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 dum. Dö, 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 dö. Oh, da ist ein Schalter. Okay. Aber ich glaube, wir müssen den Ton einstellen. Mhm. Nur wenn wir den richtigen Ton einstellen, oder keine Ahnung. Hier sind jedenfalls zwei Knöpfe, die wir drücken können. Okay, warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Komm, Knöpfe drücken. So. So passiert nichts. Okay, achso, da sind zwei. Okay, jetzt ist die Unterlage an. In der Reihenfolge müssen wir sie drücken. Okay. Also ich stehe hier oben, drücke immer, du versuchst es rauszubekommen, okay? Dum, 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 dum. Ja, das ist schon mal der richtige Dum, 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 muss es jetzt sein. Mhm, das habe ich schon mal erster, letzter Dum, 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 dum. Sag ihm mal, wenn ich spielen soll. Dum, 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 dum. Okay, Moment, ich glaube, ich habe es schon. Ah, Tür ist offen gewesen, für drei Sekunden. Dann musst du es mir vielleicht nochmal spielen. Das ist, äh, Buggy, höchstwahrscheinlich. Sie sollte wahrscheinlich offen bleiben. Ich wollte ihn einfach hier. Mhm, Buggy. Ui. Ah jo. Ah jo. Ah jo. Ich hoffe jetzt, sie war auch Buggy. Nicht, dass sie noch mehr hätten machen müssen. Okay. Okay, sie wollen hier nur durch. Ich will nicht. Als würden wir die Scheiße hier aus Spaß machen. Jedes Mal in der Toilette landen, ist nicht lustig. War der Raum da vorher nicht schon Raum 13? Oh mein Gott. Wenn du eine Tris-Kai-Dicke-Fobie hast, dann gehst du nicht rum. Nein. Ah, was ist das? Oh mein Gott. Oh, was ist das? Kann man da rein? Nein. Doch, da muss man irgendwo rein können. Komm mal dann auch wieder raus. I can't see anything I don't can. Das wolle. Wir müssen das Wasser irgendwie ausbekommen. Äh, auspupsen oder was? Eine Fackel draufsetzen. Ähm. 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 Hä? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh? Äh, 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 äh? Äh, 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 äh. Kannst du das Wasser aufbauen? Nein, solange das Wasser drauffließt, nicht. Dann schwimme ich mal nach oben. Das wollte ich... Ah, da oben ist ein Raum. Äh, äh, äh. Wow, seit dann schwimmt man so schnell im Wasser hoch. Uh. Ich dachte, Nutsch hat das extra so gemacht, dass man ihn mehr erträgt. Hm. Ooh, Kames. Oh, ganz viel zum Abbränen. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Puschi-Schalter? Puschi-Puschi Genau, dann hört das Wasser wahrscheinlich auf hier zu fließen. Genau. Wir machen einfach alle vier Wasserquellen aus. Ah, Moment, Moment! Wir müssen schauen, welcher Schalter was ausmacht. Ah, der hat glaube ich nämlich beide jetzt ausgemacht, wenn's ich richtig gehört hab. Ja. Der andere Schalter, nämlich bei dir, hätte der dann bitte beide angemacht oder so. Okidoki. Komm runter, schnell, bevor du Falschhand kriegst. Blub, 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 blub. Anzünden, hier. Advent, Advent, die Wolle brennt. Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht ein Geheimgang vor der Tür. Und ich brenne auch. Oh, oh, doch nicht. Bin zu schlecht zu brennen. Hey, kommst du? Aber wenn wir dann nie wieder hochkommen. Aua. So, wir brauchen jetzt unser Companion-Feuerzeug hier rein. Und wir beide da rein. Companion-Feuerzeug. Kommt das Wasser jetzt wieder runter? Äh... Ähm... Noch mal auf die beiden Schalter gehen. Äh... Das could be a problem! Das could be a bug! I know! Just again! Just again! Just again! Was? Ach, alles drei wieder nochmal? Ja. Okay, warte, ich hab grad nicht getroffen. Hörte! Ist das drauf? Ne, nicht wirklich. Doch, das war drauf. So. Und... Dun 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 dün Hello! Warte! 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 Wahrscheinlich hätte einer oben bleiben sollen Nein, hier sind noch 2 Druckplatten Ja, keine Ahnung, oder... Keine Ahnung, die Mapp ist doch immer erst seit einem Tag draußen kann ja sein, dass es ein Bug ist. Damit müssen wir leben, als die ein... Wir haben unabsichtlich was kaputt gemacht. Vielleicht auch, ich hab keine Ahnung. Weil ich immer die Torches wegkloppe. Ja, deswegen hast du alles kaputt gemacht. So. Und auf nach unten. Hui. So. 14. 14. On the first day of Christmas I... Okay, warte. Ah, the next test is a lot of fun for me. These pressure plates will give you a shock of... Plates? Plates. Plates. Ich muss näher rangehen. Boah, in meinem Kopf sind gerade voll viele Frame-Einbrüche. Was? Wo bist du denn? Ah, da bist du. Sechs Frames. Acht Frames. Vier. Drei. Fünfzehn. Neun. Eins. Du schwebst gerade durch den Raum. Egal. These pressure plates will... Oder Plates. Will give you a shock of 200,000 Volt every time you step on it when there is a red collar on the wall. Don't try to jump over or ninja the Plates. You don't success. says...